Hallo, willkommen bei Januar Tarot, willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte heute Tarot-Karten legen für Sternzeichen Widder und zwar geht es um den Zeitraum 1. Monatshälfte Februar 2023, also vom 1. bis zum 15. Februar. Ja, ist eine allgemeine Legung an das Kollektiv gerichtet, ja, kann und wird hier nicht auf jeden Einzelnen zutreffen, deswegen fühlt da in euch rein, ob das mit euch resoniert, falls nicht, dann ist die Legung auch nicht an euch gerichtet. Hier können alle Lebensbereiche betroffen sein, über Privates, Berufliches, familiäre Situationen, ja, je nachdem, wo ihr euch genau befindet. Ich versuche, wenn ich da bestimmte Lebensbereiche erkenne, das auch zu erwähnen. Ja, Rollen können vertauscht sein, für die, wo es stimmig ist und wenn Personenkarten auftauchen sollten, aus den Decks kann für beide Geschlechter stehen, also wenn jetzt hier eine Königin, ein König, eine Herrscherin, ein Herrscher auftauchen, Pagen Ritter, ist geschlechtsunabhängig zu bewerten. Gut, dann schauen wir mal. Ich ziehe zunächst mal drei Karten, um zu schauen, was ist hier so das Thema in der ersten Monatshälfte, was steht hier an für die Widder? Die Legung ist übrigens auch für Menschen gedacht, die eine starke Widderbetonung im Horoskop aufweisen, die, die sich mit Astrologie beschäftigen, wissen das auch und natürlich auch für Zuschauer, die einfach neugierig sind und wissen möchten, was sobald wir da los ist. Okay. So, eine Karte möchte ich noch haben. Ja, was haben wir hier? Gerechtigkeit der Gehängte und sechs der Stäbe. Also irgendwo soll mit der Gerechtigkeit eine Entscheidung getroffen werden, von einem selbst. Es wird eine Entscheidung im Außen getroffen oder gefordert, gewünscht. Ein Ausgleich muss hier auch stattfinden, weil wir haben hier die Waage der Justitia, die ganz genau abwägt. Es geht auch um gerechte Entscheidungen, die möglichst objektiv getroffen werden sollten, weil das ist auch eine Karma-Karte. Ja, wenn diese Entscheidung hier selbstgefällig oder egozentrisch getroffen wird, wenn nicht alle Informationen mit in Betracht gezogen werden, kann das hier natürlich auch zurückschlagen. Nun, hier haben wir aber den Gehängten und die sechs Stäbe, was mir sagt, dass sich das hier noch verzögert. Also dieser Ausgleich wird hier noch eine Verzögerung bereithalten, aber man ist hier ziemlich siegelssicher mit sechs der Stäbe. Also einer fühlt sich hier ziemlich im Recht und sagt, ich werde das sowieso hier durchboxen. Ich werde hier mein Recht bekommen. Die Gerechtigkeit steht auf meiner Seite. Okay, ich schiebe die Karten mal hier ein bisschen nach oben und werde jetzt hier weitere Karten erstmal ziehen. Ich schaue mir mal an, wie sich so Widder in der ersten Monatshälfte fühlt. Nach außen zeigt. Neun der Stäbe. König der Kelche. Zweite Stäbe. Na, da wollte einer, ist wieder zurückgesprungen. Ich lasse die Karten lieber kommen, anstatt vom Stapel zu ziehen, was natürlich schneller gehen würde. Aber es ist meistens eindeutiger, wenn die alleine fallen. So, der Eremit ist hier auf dem Kopf rausgefallen. Ja, lieber Widder, du bist hier als König der Kelche angezeigt. Zumindest bist du die ersten zwei Wochen im Februar in diesem Modus. Ja, das heißt, du bist sehr stark mit deiner Intuition und mit deinen Gefühlen verbunden. Du hörst auf dein Herz. Du versuchst das zumindest. Und du möchtest eine gütige Lösung für dich und auch für die anderen. Du willst hier für dich und für die anderen nur das Beste und dass hier alle glücklich werden. In deinem Rücken. Neun der Stäbe. Du hattest vielleicht auch in Bezug auf eine bestimmte Entscheidung, in Bezug auf eine bestimmte Verbindung lange Zeit dich zurückgehalten. Oder du hast etwas probiert. Ja, du hast irgendwie mit diesen Stäben, die Stäbe sind ja dein Element, dieses feurige, vorwärts gehen, proaktiv. Ich werde jetzt aufstehen und es durchziehen. Ja, also mit dieser Methode bist du hier offensichtlich nicht so weit gekommen. Oder du hast hier auch große Rückschläge erlitten. Und das hat dich hier vielleicht auch eine Zeit lang zurückgehalten. Ja, ein gewisser Aktionismus. Vielleicht auch gewisse schlechte Erfahrungen. Ja, die Befürchtung, wenn ich jetzt hier weitermache, dann wird wieder dies und das passieren, werde ich scheitern. Wir haben hier den verletzten Krieger. Und das lässt du aber hinter dir. Du schaust hier in Richtung der zwei Stäbe, in Richtung einer Entscheidung. Und ich denke mal, jetzt bist du in der Lage, oder du fühlst dich zumindest befähig dazu, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht eine Chance zu ergreifen, wo es vorher in dir nicht möglich war, weil du aufgehalten wurdest oder weil du selber blockiert warst. Und wir sehen hier auf dieser Karte, zwei der Stäbe, ja, das ist der Sonnenaufgang. Ein schöner gelber Himmel. Die Farben sind auch sehr erhellend, sehr motivierend. Ja, also gelb und orange ist ja auch eine Farbe, die belebt. Also du schaust hier schon in eine gute Zukunft. Du sagst, wenn ich hier eine Entscheidung treffe, dann wird das gut für mich werden. Ja, dann habe ich alle Chancen der Welt. Wir sehen hier diesen Mann, der trägt diesen Globus oder diese Erdkugel da in der Hand, wenn ich das richtig erkenne, und schaut da in die Ferne. Du siehst da für dich zukünftig bessere Lösungen, bessere Perspektiven durch diese Entscheidung. Nun haben wir aber hier diesen Eremiten. Und wenn der Eremit aufrecht wäre, würde er ja hier auch in diese Richtung der zwei Stäbe leuchten. Also es geht hier definitiv um eine Entscheidung. Das ist bei euch sowieso schon länger Thema. Nun ist dieser Eremit hier auf dem Kopf gefallen. Die Eremiten-Energie fordert immer dazu auf, wirklich ganz analytisch, sachlich und klar die Dinge zu betrachten, es sich nicht leicht zu machen, also eine Entscheidung auch nicht leichtfertig zu treffen. Und da der Eremit hier auf dem Kopf steht, könnte hier so eine kleine Warnung dahinter stecken. Prüfe bitte, ob du alle Eventualitäten, alle Möglichkeiten und alle Seiten genauestens beleuchtet hast, weil hier nochmal die Gerechtigkeitskarte, der Hinweis darauf, wenn diese Entscheidung nicht wirklich objektiv und gerecht gefällt wird, kann das sozusagen karmisch später zurückkommen. Ja, also es ist eine sehr wichtige Entscheidung, vor der du stehst. Aber wie gesagt, du lässt dich hier nicht mehr von dieser Angst blockieren, von diesen Zweifeln. Ich schaue jetzt mal auf die andere Seite. Wie verhält sich das Gegenüber? Das Gegenüber kann hier den Partner, Ex-Partner, potenziellen Partner, die Familie, Arbeitsumfeld, Beruf darstellen, je nachdem, ja, in welcher Situation du dich jetzt persönlich befindest, was für dich momentan am wichtigsten erscheint, dich am meisten beschäftigt. Ich werde dann nochmal eine weitere Kartenreihe ziehen, mit Klärungskarten, um das nochmal zu vertiefen. der Name, gerade des Schicksals wieder auf dem Kopf, Aß der Stäbe, noch eine, Aß der Kälche, Ja, liebe Widder, ich hatte ja in den letzten Legungen, in den letzten Monaten bei euch immer wieder eine gewisse Situation gesehen, dass eine Loslösung vom Alten stattfindet, hin zum Neuen, und aber dieses Rumhadern, wie schaffe ich das, diesen Übergang zu gestalten? Ich glaube, es gab auch ein Video, das ich genannt hatte, zwischen den Welten. Ich kann mich aber auch irren. Jedenfalls, ja, das ist bei vielen von euch so Thema momentan. Bei einigen ist das schon im Abschluss, bei anderen fängt das erst richtig an. Nun kommen wir zu der Legung. Wir haben hier auf der anderen Seite den Nahen, Rat des Schicksals und das Aß der Stäbe. Da müsste etwas Neues in euer Leben kommen, in Form einer Veränderung der Strukturen, in Form eines neuen Menschen, einer neuen Beziehung, ein neuer Job, irgendwas Neues, wartet hier auf euch und wahrscheinlich wisst ihr schon, was es sein soll. Und es müsste auch in eure Richtung, ja, hier mit dem Narren und mit dem Ast der Stäbe, also sehr in eure Richtung hier. Der Nahe, der müsste einfach in eure Arme springen. Und das Ding ist aber, wir haben hier das umgekehrte Rad des Schicksals und auch der Eremit dadurch, dass er auf dem Kopf steht, leuchtet er anstatt hier in Richtung der zwei Stäbe, leuchtet er in Richtung dieses Narren. Sagt also, guck dir das bitte genauer an, was hier Neues auf dich wartet. Dieses Rad des Schicksals auf dem Kopf sagt mir, dass hier irgendwas nicht ganz sauber ist, ja, weil nochmal der Hinweis hier auf die Gerechtigkeit. Das Rad des Schicksals ist eigentlich eine schicksalhafte Fügung vom Universum für uns so gewollt. Hier ist es auf dem Kopf, könnte bedeuten, dass diese Veränderung, die hier ansteht, die hier in euer Leben kommen möchte. Entweder ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt, weil hier noch nicht endgültig eine Entscheidung getroffen wurde. Oder es könnte sein, dass hier dieses Einlassen auf dieses Neue euch schicksalhaft etwas nochmal zurückbringt in Form eines Bumerangs oder ihr landet hier in einer Wiederholungsschleife mit jemand anderem. Das heißt, ihr hattet vielleicht vorher eine Situation, wo ihr sagt, da will ich eigentlich gar nichts mehr, da will ich gar nicht mehr hin, das will ich nicht wiederholen, vielleicht eine unglückliche Beziehung, einen Job, der nicht gut gelaufen ist und ihr sagt, das will ich hinter mir lassen, ich möchte mich nicht nochmal in eine Situation begeben, wo mir das passiert. Aber hier mit diesem umgekehrten Rad des Schicksals ist die Tendenz schon eher dazu da, dass hier etwas Neues kommt und wenn ihr das alte Thema noch nicht abgeschlossen verarbeitet habt, dann wird das ganze Thema mit dieser neuen Verbindung nochmals durchgekaut. Es könnte auch eine Warnung an das Gegenüber sein, weil wir haben hier diesen Narren und das Ast der Stäbe, das ist schon ziemlich offen. Das ist super mutig und da springt man quasi mit verbundenen Augen, mit verbundenen Armen und Füßen in die Tiefe und ist sich total sicher, dass es gut kommen wird. Ja, wir haben hier auch sechste Stäbe. Ich weiß, dass es klappt. Total überzeugt. Aber hier ist so ein Haken an der Sache. Hier mit diesen achten Kältchen, das nehme ich als andere Energie wahr, das ist jemand anderes. Liebe Widder, hier ist jemand, der die Szene verlässt. Hier ist jemand, der sich abwendet. Es geht um die Kelche. Jemand ist mit der Situation in Verbindung zu euch nicht zufrieden. Spürt da einfach keine Leidenschaft mehr, keine Liebe oder keine Erfolgsaussichten. Könnte hier beruflich wie auch privat sein. Dass sich jemand abwendet und sagt, naja, ja, das mit dem Widder, ich habe mir das anders vorgestellt. Die Dinge fügen sich nicht so, wie ich es erhofft habe, wie es meinen eigenen Bedürfnissen entspricht. Ich kläre das jetzt mal mit dem anderen weg. sieben der Kelche, sechs der Kelche auf dem Kopf, ja, der Mark ist auch auf dem Kopf. Also ich hatte, glaube ich, noch nie so viele Karten auf dem Kopf. Also deute ich eigentlich auch ungerne, aber ich lasse es mal so geschehen. sechs der Schwerter. Schon wieder das Rad des Schicksals. Unter dem Rad des Schicksals. Wow. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Also zumindest nicht bei meinen Lebungen. Acht, der Kelche. Ist das gleiche, nur ein anderes Deck. Oh, jetzt aber fertig. Die Kraft, die hat vorhin schon rausgeblitzt hier. Die wollte kommen. Sieben der Kelche unter diesen neun Stäben. Ja, warum in der Vergangenheit? Also ich sage hier Vergangenheit, weil der König der Kelche wendet sich ja von diesen Stäben ab. Warum dieser Misserfolg in der Vergangenheit? Warum diese ständigen Versuche hier etwas aufrecht zu erhalten, etwas zu retten, was eigentlich nicht mehr ja, nicht mehr erfolgsversprechend war? Warum diese ganze Mühe in der Vergangenheit, etwas zu reparieren, gegen etwas anzukämpfen? Ja, warum? Weil du dir deiner Gefühle nicht sicher warst. Sieben der Kelche. Du wusstest einfach nicht, was das Richtige für dich ist. Ja. Was du wirklich möchtest. Wen du liebst. Wer dich liebt. Ja. Was macht dich glücklich? Das war dir einfach nicht klar. Du warst da in so einem Strauchelnebel und hast hier natürlich dementsprechend falsche Entscheidungen getroffen. Oder, wie gesagt, hast du lange Zeit nicht aufgegeben in Bezug auf eine bestimmte Situation, in Bezug auf einen bestimmten Menschen. Jetzt haben wir dich hier als König der Kelche drunter, Sechs der Kelche auf dem Kopf. Ja, du bist sehr stark im Gefühl und vielleicht auch mitfühlend, ja, sensibel, sentimental und du willst niemanden verletzen, habe ich hier auch den Eindruck. Dir ist es total wichtig, hier wirklich das Richtige zu tun. Diese Sechs der Kelche aufrecht spricht für eine karmische Verbindung, für eine Bestimmung. Ja, etwas, was lange Zeit gültig war und lange Zeit sehr befriedigend war. Hier sind die Sechs Kelche auf dem Kopf. Vielleicht hinterfragst du, ist das wirklich meine Bestimmung? Gehört dieser oder jener Mensch wirklich zu mir? Oder habe ich mich da an irgendwas verrannt? Habe ich vielleicht gedacht, dass es meine Bestimmung sei, dass ich mit diesen Menschen so nah verbunden bin, so eng, ja, dass wir Seelenverwandte sind? Also hier auf dem Kopf hinterfragst du das, glaube ich, ziemlich stark. Die Menschen, die um dich herum sind, das, was du tust, ob das wirklich so echt ist, ja, weil wir haben hier auch sieben der Kelche direkt daneben. Ja, also ich sehe hier schon so einen innerlichen Kampf. Was ist wirklich für mich gültig? Was passt wirklich zu mir? Wer passt zu mir? Was, mit was muss ich meine Kelche füllen, damit ich erfüllt bin vom Herzen und auch entsprechend dann die Motivation und das Feuer wieder spüre, um mich dafür zu begeistern? Ja, zwei der Stäbe, darunter der Magier auf dem Kopf. Der Magier steht ja für die Manifestation, für Wünscherfüllung, also für die Fähigkeit, auch Dinge, also Dinge auch zu bewegen, Dinge zu verwirklichen, ja. das ist sozusagen der Magier und wenn wir selbst den Magier in der Kartenlegung haben, deutet das oftmals darauf hin, dass wir befähigt sind, unser Leben selbstständig zu meistern, dass wir alle Werkzeuge in der Hand haben, um für uns die besten Ergebnisse zu erzielen. Nun ist dieser Magier hier auf dem Kopf und das hat was hier mit dieser Entscheidung zu tun. Hier ist wiederum so eine Warnung, nichts zu erzwingen und wirklich alles genau zu durchdenken. Vielleicht ist hier auch etwas Neues im Anmarsch und etwas Altes ist gerade im Abschluss und man erhofft sich, dass man mit dem Neuen, also mit der Entscheidung für das Neue, ein neues Kapitel für sich aufschlägt, aber ich sehe hier bei einigen tatsächlich die Tendenz, die Möglichkeit, dass man quasi ein altes Buch schließt, ein neues Buch eröffnet und mit dem Wunsch wirklich ganz neu durchzustarben, ganz frisch und die Altlasten abzuwerfen. Aber hier ist wirklich die Gefahr, dass man quasi mit etwas Neuem etwas Altes wiederholt. Eine alte Struktur, alte Verhaltensweisen, alte Beziehungsmuster. Wir haben hier auch auf der anderen Seite also beim Gegenüber den Narden, darunter die sechs Schwerter, könnte darauf hindeuten, dass dieses Neue, was euch hier begegnet, auf euch zukommen möchte. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, ein neuer Mensch, ein neuer Kontakt, eine neue Beziehung. So offen und optimistisch sich dieser Mensch hier zeigt, könnte auch für Menschengruppe stehen. Hier haben wir sechs Schwerter. Auch dieser Mensch möchte eigentlich vor etwas flüchten, hier mit sechs Schwerter. könnte für einige so sein, dass hier jemand auf euch zukommt, der eigentlich sich auch nur von seinem eigenen Stress ablenken möchte. Ja? Das heißt, dass hier Altlasten noch nicht abgeworfen wurden, noch nicht endgültig bearbeitet sind. Sie ruhen nur, sozusagen. Die könnten später wieder aufgegriffen werden und zu neuen Konflikten führen. Das umgekehrte Rat des Schicksals, drunter Rat des Schicksals. Ja. Vielleicht auch schicksalhaft, dass sich hier etwas wiederholt, dass etwas noch nicht, dass die Zahnrädchen momentan noch nicht ineinander greifen können. Ist vielleicht eine kleine Lektion hier auch dahinter. Das erste Stäbe, was in eure Richtung präsentiert wird, gestreckt wird. Also hier lockt jemand definitiv mit einem Angebot, mit einem Verhalten, was euch begeistern soll, mitreißen soll. Darunter haben wir Acht der Kälte. Auch das könnte darauf hindeuten, dass hier jemand nur in eure Richtung agiert, um sich von einer Enttäuschung abzulenken. Weil hier liegt einfach eine Situation da, dass jemand hier vielleicht eine alte Lebenssituation verlassen hat, sich auf den Weg gemacht hat, um was Neues für sich zu finden. Aber das ist hier noch nicht so richtig abgeschlossen. Also hier liegt mit Sechster Schwerter und Acht der Kälte definitiv noch eine Enttäuschung, eine Altlast. Etwas, was nicht richtig abgearbeitet wurde, arbeitet hier im Hintergrund und dazwischen dieses Rad des Schicksals. Ich habe ja gesagt, hier sehe ich jemanden mit Acht der Kälte und mit der Kraft. Jemand, der geht, vielleicht gehen muss, nicht freiwillig, weil hier liegen ja Kälte, das heißt, dieser Mensch war euch schon eine lange Zeit sehr zugetan, hat euch geliebt oder hat einfach die Verbindung mit euch beiden sehr geschätzt. Wir haben hier die Kraft, ich sehe, dass es diesen Menschen schwerfällt zu gehen, falls dieser Mensch geht. Da kämpft noch jemand dagegen an, auch wenn dieser Mensch das nicht zeigt. Dieser Mensch kämpft dagegen an. Möchte nicht gehen, will vielleicht nochmal zurückkommen, macht sich noch Hoffnungen oder sagt sich, ich muss jetzt gehen, um meine eigene Kraft und Stabilität zu bewahren, vielleicht um mein Gesicht nicht zu verlieren, vielleicht auch ein stolzer Mensch hier mit der Kraft. Hier dieses Ast der Stäbe 8, der Kelche zweimal und die Kraft große Arcana die 8. Ich könnte mir vorstellen, dass diese beiden Szenarien doch irgendwo ineinander verflochten sind und aufeinander Einfluss haben. Ich ziehe nochmal zwei letzte Karten sozusagen als Hinweis, als Ratschlag für die Wider. Die Mäßigkeit und der Hierophant Ja, zwei große Arcana auf jeden Fall. Es ist eine Angelegenheit, die von großer Bedeutung ist. Der Hierophant sagt mir auch, für einige geht es hier um den Zustand einer Ehe, einer langfristigen Verbindung. Also hier mit der Mäßigkeit geht es um sehr stark um Heilung, ja. Man sollte hier auch nichts überstürzen. Nochmals der Hinweis hier auf den Eremiten und auf die Gerechtigkeit. Ja. Also die Entscheidung, die hier getroffen werden möchte, sollte wirklich sehr wohl überlegt sein. Ja, weil hier geht es wirklich um diese Heilungsprozesse, wenn hier jemand dabei ist in dieser Verbindung, der noch nicht ganz geheilt ist von seinen Wunden, von seinen Altlasten, ja, dann wird es schwierig sein, dann könnte sich etwas wiederholen. Ja. Ich lasse das mal so stehen, ich hoffe, ihr konntet einiges für euch an Anhaltspunkten, Inspirationen, Denkanstößen für euch mitnehmen. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss. Tschüss.